Und das ist schon interessant, liebe Freunde, das sage ich nochmal im Angesicht der Oberkirche hier, dass vor ein paar Tagen in Prenzlau eine Wahlkampfveranstaltung mit Olaf Scholz in der dortigen Kirche stattgefunden hat. Die Pastorin, mein lieber Olaf, mein lieber Olaf, sie kriegte sich gar nicht wieder ein, und im Altarraum die Fahnen, in dem Fall der SPD. Das hatten wir das letzte Mal bei Adolf und das will ich nicht mehr. Ich will es nicht mehr.